Vor knapp sechs Jahren wurden die ersten Fälle in der Region bekannt, nachdem mehrere Hunde durch sogenannte Giftköder qualvoll verendeten. Ausgelegt von Hundehassern, gespickt mit Rattengift oder spitzen Gegenständen. Und umhüllt mit stark riechenden Leckereien, damit die Vierbeiner die Köder auch ja fressen. Ist so ein Köder erst einmal verschluckt, kann es manchmal schon viel zu spät sein. Einige Tiere konnten noch in Notoperationen gerettet werden. Damit es erst gar nicht so weit kommt, bieten immer mehr Hundeschulen und Hundetrainer sogenannte Anti-Giftköder-Seminare an. Trainerin Daniela Schramm ist eine von ihnen. Wir haben heute beim Hundezentrum Mönchengladbach das Anti-Giftköder-Seminar, weil aufgrund der erhöhten Anzahl von vergifteten Hunden einfach der Bedarf so gestiegen ist, dass die Leute sagten, ich kann mit meinem Hund nicht mehr normal spazieren gehen, ich muss immer Sorge haben. Und deswegen habe ich einfach kurzerhand gesagt, ich mache da ein Seminar und helfe den Hundehaltern, dass sie wieder entspannt mit ihren Hunden spazieren gehen können. Das Anti-Giftköder-Seminar ist eigentlich ein simples Futterverweigerungstraining. Das heißt, der Hund darf nur fressen, wenn Herrchen oder Frauchen es auch erlauben. Funktioniert beim eigenen Futternapf, dem Leckerli in der Hand, aber eben auch beim Giftköder. Mit Verboten wird hier aber nicht gearbeitet. Sie entwickeln dann einfach Strategien, dass sie dann Heimliches machen oder einfach sagen, mir ist es so wichtig, da dran kommen zu können, dass die Strafe einfach nicht groß genug sein kann. Also gerade die Hunde, die schon mit Verboten gearbeitet wurden, mit Abbruchsignalen, sieht man, dass sie meistens noch schneller werden, noch trickreicher. Und da ist es sogar noch schwieriger, jetzt wieder den Hund in eine Kooperation reinzuholen, dass wir eben sagen können, zeig es mir doch an, friss es nicht sofort, damit wir auch diesen Luxus dem Hund gönnen können, frei laufen zu können. Ansonsten müssten wir den immer an kurzer Leine bei uns halten und das ist natürlich schade. Das ist keine Lebensqualität für den Hund. Besonders in diesem Kurs, hier wird den Vierbeinern nicht nur beigebracht, das Futter nicht einfach zu fressen, sondern im nächsten Schritt auch anzuzeigen, wenn sie etwas Fressbares finden. Die Kursteilnehmer sind schon nach der Hälfte des knapp zweistündigen Seminars überzeugt. Ich finde es toll, es gibt ganz neue Anregungen. Wir hatten schon eine ganze Menge eben auch aus anderen Kursen, aber jetzt habe ich heute noch mal ganz viele neue Anregungen bekommen und das ist natürlich super toll. Wir haben einige Sachen auch schon vortrainiert, aber ich finde es hochinteressant, dass jetzt eben wirklich noch mal viele Übungen hinzukommen, die man dann eben zu Hause auch weiter verfolgen kann und mit denen man dann eben wirklich auch, das theoretisch erlernt, dann in der Praxis noch mal richtig vertiefen kann. In einer anderen Hundeschule einen Fall gehabt, dass ein Giftköder sogar über den Gartenzaun geworfen ist und geworfen wurde und der Vestie dann daran gestorben ist. Wie schnell die Hunde Fortschritte machen, ist sehr unterschiedlich. Einige geben schneller nach und andere sind eben besonders hartnäckig. Wie dieser hier. Lässt der Hund von der Beute ab, muss direkt gelobt werden. Wer trotz allem immer noch Angst hat, sein Tier frei herumlaufen zu lassen, dem empfiehlt Daniela Schramm einen Soft-Maulkorb aus besonders weichem Material für die Spaziergänge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017